Den Kno zu nennen nimmt den halt echt ein bisschen den Ernst raus. Hallo? Vorne liegt bestimmt auch noch was. Ja, verlorene Träume und Hoffnungen liegen da. So, in welchem Haus war ich jetzt drin? Ein Keim von dem, so wie es scheint. Die sind ja alle zu. Ah, und deswegen kann ich bei dem einem Haus hinten raus. Alles klar, ich verstehe. Hey, hier wohnt doch seit langem keiner mehr. Hä? Achso, die Kamera. Wollte gerade sagen, hä, jetzt wird es dieses Bilder, kommt eine Katze hin und dann... Die Tür wieder zu. Hä? Hä, warum konnte ich jetzt hier rein? Was ist denn los? Weil es geht. Deswegen konnte ich da rein. Oh, jetzt kommt doch bestimmt wieder Martha, oder? Was ist da hinten? Ist das eine Fabrik? Du wirst sterben, aber nur nicht jetzt. Ah, Geronimo. No! Ah! Gute, Kapitän! Oh, das ist doch bestimmt wieder Martha. Tür war auf, Tobi springt durchs Fenster. Was ist denn das? Das seh ich ja jetzt erst. Ähm. Okay. Help. Help wasn't coming. Hä, was? Wie help? Ach, das steht hier. Ach so. Aha, okay. Jetzt macht das ganze Sinn. Raft. Ich könnte ihn überlegen. Oh ja, das ist, wow. Das ist die sicherste Methode, um über diesen See zu kommen. Garantiert. Nichts. Do what you gonna do? Ich muss rüdern. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich weiß nicht mal wohin. Wieso bleiben wir nicht einfach in der Mitte des Sees dann und... Warten einfach, bis der Tag vorbei ist. Ich meine unsere Frau ist doch locker eh schon tot. Ich meine unsere Frau ist doch locker eh schon tot. Oder geschwängert worden. Oder... Oh ja. Ganz toll. Yep. What's happening now? Oh. Scheiße. Irgendwas ist ins Wasser. Sprung. Oh nein. Bitte. Kein riesengroßer Fisch, der mich versucht zu essen. Höh! Was? Zur Hölle. Mach schon wieder dieses komische Vieh hier. Äh. 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 Okay. Also... Das sind Seine. Der Apokalypse. Ja. Oh Gott. Ich habe meine Scheiße verloren. Was bitte muss passieren, damit hier plötzlich die Apokalypse ausbricht? beziehungsweise eine riesen Welle auftaucht. Let me help you. Was? Wer redet da? Höh! Weg! Was für eine uralte Angst ist das eigentlich, die er damit verbindet? Ich meine, es muss doch einen Grund geben, dass er in die vierte Klasse zurückgeworfen wird und dieses Vieh verfolgt. Was für eine uralte Angst verbindet er damit. Was für eine uralte Angst verbindet er damit? Was für eine uralte Angst verbindet er damit? Kommen wir überhaupt vorwärts gerade? Ja, kommen wir. Wenn es das nicht ist, wird langsam Zeit auszusteigen. Ja, von der Strömung treiben ist ja ganz toll, aber... Ich meine, so eine Strömung passiert nicht ohne Grund, weißt du? Also... Ich denke, es wäre langsamer, Zeit mal auszusteigen. Also bei dir lang wird es nämlich gerade weniger als vorwärts. Das finde ich sehr lieb von dir. Das ist ein verdammt gutes Kompliment, danke. Äh, hallo. Hallo, Zeit auszul... Hallo. Jetzt steigst du aus. Ist das dein Scheißernst? Es ist ja auch kein Boot, es ist ein Floß. Ha, hallo. Komm schon, komm schon. Ha, hallo. Ha, hallo. Komm schon. Hä? Was hat... Hä? Das ist sinnlos. Er hat gerade mit seinem Bruder... ...auf einen Stein eingehauen. Sie sind jetzt knapp bei vier Stunden, 15 Minuten Aufnahmen. Mal sehen. Mal sehen, wie das noch da war. Wildwasserbahnfahrt, ha. Damaskus-Erlebnis. Trophäe erhalten. Ja. Die Körper ist so dick, ich könnte es über das Wasser auf der Beine gehen. Das ist fast lustig. Das ist, wie du auf der Wasser walkst. Die Anspielung habe ich verstanden. Gut, wer hätte die nicht verstanden. Ich habe absolut keine Ahnung, wo ich hin soll. Ich folge einfach irgendwie dem Strom, der da vorne vorhanden ist. Aber warum zündet man die Leichen vorher an, um sie dann ins Wasser zu sch... Das verstehe ich nicht. Hätten sie ihn an ein Brett geschnallt und ihn ins Wasser geworfen? Weißt du, so frei nach dem Motto, Hexenverbrennung, ähm... Na? Dann hätte ich ja noch gesagt, okay. Aber... Anziehen und dann ins Wasser schmeißen, hätte ich mir überhaupt keinen Sinn. Gottes Willen, bloß weg hier. Also du musst schneller fertig werden, sonst muss ich den Stream nachträglich schauen. Ja du, schneller als das, was mir gerade vorgegeben wird, kann ich leider auch nicht sein. Was vermutest du denn noch, wie lange ich brauchen würde? Sag doch mal, hau doch mal was raus. Stunde, anderthalb, zwei, drei. Du hast es ja schließlich schon mal komplett gesehen. Du weißt ja ungefähr, wie lange. Alter, echt jetzt? Ist das fucking ernst? Ist so lächerlich, Mann. Shit. Shit, das Räft. Oh, Mann. Scheiß doch mal auf das... Scheiß doch mal auf das Floß, Alter. Ja, wie viele Parts hat denn Kronk an der Stelle noch gebraucht? Als Beispiel, wenn du sagst, er hat noch drei gebraucht, das ist dann eine Stunde. Oder meinetwegen anderthalb. Keine Ahnung, ich weiß es ja nicht. Warum habe ich das getan? Warum habe ich das getan? Warum habe ich gedacht, ich könnte gegen eine Strömung anschwimmen? Okay. Das weiß ich nicht mehr. Ich habe es im Stück durchgeschaut. Ja, dann... Na gut, dann kannst du ja trotzdem sagen, dass es fast am Ende ist. Hm. Keine Ahnung. Ich meine, du weißt ja ungefähr noch, was passiert. Dementsprechend kann man doch ungefähr abwägen, wie lange es noch dauert. Keine Ahnung. Es ist auch irgendeine Zahl. Irgendwas, was dir jetzt vorkommt. Ich mache eine Weile nicht mehr so lange, aber es war ich vor einer Stunde auch schon. Ja gut. Krasser Typ. Also aufgrund der Tatsache, dass die hier jetzt noch... Dass ich jetzt hier seit knapp viereinhalb Stunden streame, würde ich behaupten, das geht bestimmt noch zwei Stunden, wenn nicht sogar noch vier. Ah, okay. Spielzeit, ähm, ich stehe gar nicht auf der Verpackung mit drauf, aber ich gehe locker mal so von acht bis zehn Stunden aus. Also auf der Verpackung steht es nicht drauf, aber ich tippe mal auf so acht bis zehn Stunden. Was passiert denn hier? Also was, ich meine, die wissen doch, dass wir da sind, sonst würden die doch niemals da jetzt so lang rennen. Oder es passiert irgendwas. Dann gehen wir schlafen, alle hieß. Ich wünsche eine gute Nacht. Oh, ja klar. War doch logisch, dass es irgendwann passieren musste. Wir waren doch nicht in der Mine. Ach du Scheiße. Sie ist jemanden, Mutter? Sie kenne mich Vater. Aber ich bin nicht. Ich meine, du hast es in der Mitte. Kind. Scheint doch noch ein gutes Stück. Ja, wir sind ja noch nicht mehr in der Mine. Also, jetzt sind wir erst noch viel näher an der Mine. Ich dachte, wir wären schon längst einmal drinnen gewesen. Echt jetzt? Der kniet sich da noch hin? Ich hätte schon längst die Beine im Wasser taumeln lassen. Er will hier immer noch nicht an Land. Wann will er denn endlich mal an Land gehen? Oh, heilige Scheiße. Oh, gib Gas. Oh, gib Gas. Oh, gib Gas. Oh, mein Freund. Gib Gas. Oh, wie kommt diese Zunge wieder her? Oh, und jetzt ist es neben dem Schwimmbad der Schule. Bei diesen typischen Schwimmbadstrichen. Ach, du Scheiße. Sieben bis acht Stunden, habe ich gelesen. Konkert ist aber meiner Meinung nach zu schnell durchgespürt. Das war so langweilig. Ja, ich kann dir leider nicht sagen, wie schnell ich es durchgespielt habe.